Musik Wir haben uns zwei Wochen hier im wunderschönen Halle im Studio eingeschlossen, obwohl das Wetter wirklich großartig ist, um unser viertes Studioalbum endlich aufzunehmen. Musik Im Vorfeld, wie immer, versucht, einfach Neues auszuprobieren, was wir vorher noch nicht gemacht haben. Das beinhaltet einige harte Parts auf jeden Fall. Musik Aber auch Refrains, die einfach auch größer klingen sollen als vorher. Musik Das neue Album heißt Northern Lights. Ganz klar, weil wir auch natürlich aus Bremen kommen. Der schönsten Stadt im Norden. Was soll man dazu sagen? Norddeutsch, sprachial, geil, fertig. Zap. Musik Textlich ist es ja immer so. Man lässt sich von allem beeinflussen. Also, ob es private Dinge sind oder auch viel ums Weltgeschehen, muss man auch mittlerweile sagen, Nachrichten. Wenn Dennis Texte schreibt, immer viel ums Internet, um Likes. Und habe in letzter Zeit Billie Eilish für mich entdeckt. Billie Eilish für mich entdeckt. Die Shouts auf dem Album auf jeden Fall viel härter, würde ich sagen. Und auch charakteristischer als auf den anderen Alben. Mehr eigene Stimme, mehr eigene Stimmfarbe. Das war aber ein bisschen zu Matsch. Ich mach das mehr aus dem Bauch heraus, würde ich sagen. Bei mir ist es nicht immer ganz so mathematisch durchgezählt. Es wird weniger um den heißen Breiraum gelabert. Es ist eher ein bisschen mehr nach vorne wieder. So, es ist Aufbruchsstimmung. Wir haben es geschafft. Zwei Wochen in Halle. War eine tolle Zeit. Hat richtig viel Spaß gemacht hier bei Chris und seinem Team. Bei Julian, bei Peter. Einzigartige Erfahrung und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und jetzt sagt Andi noch was? Ich wollte nicht um was gehen. Letzterer Studio. Das war wunderschön. Was ich schon immer mal sagen wollte ist, werdet Bassist. Als Bassist musst du kein Instrument können. Du spielst nur eine Seite, obwohl du mehrere hast. Und der Rest ist Spaß. Und bei mir ist es genau anders, Tom. Und bei mir ist es anders, Tom. Und bei mir ist es anders, Tom. Ich scheibe. Ich scheibe. Ich scheibe.